Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Modellstellung. Jetzt mal geht es wieder um einen Schlepper. In den großen Faktoren. Da ist das der Magnus. Das ist ein Magnus. 50 kmh max. 400 nrps standard. Configure. Maxi. Reifen. In den Sinn der Reifen vorne verstehe ich nicht. andere hat gewicht ja ging es pflege bereifung reifung in laufwerk anders design anschilder denke mal dass es ein das Klapper, das Schild, dann einfach das lassen und bitte ein Wandtafeln zu machen. Eigentlich ein schöner Sinn. Wir haben die 380, 430 Anschaffungspreis, wenn ihr voll ausgerüstet habt, 340.000 dran. Tausend. Ich hab den jetzt schon mal. Hauen wir das gute Stück. Ja, der Kopf. Der Schlüssel ist alles schön zu erkennen. Die Schrift alles schön zu erkennen. Wir haben noch einen Werkzeugkasten. Die Schwäderung sieht man. Auspuffen. Das ist für mich nicht so. 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 so von was soll gps radio ganz wichtig ganz wichtig ja gut kaffee ich bin auch die wahlschilder gut zu erkennen aber man kann nichts auch aber könnt ihr ordentlich sagen wir gucken uns doch einfach trotzdem mal den ich test dann zeigt ein error text nur font also er findet da text nicht aber es ist eine kleinigkeit es ist nicht ganz so schlimm ganz normales licht arbeitslicht hinten arbeitslicht vor rechte geht auch linker links linker rechts schade dass die lichter von der von den warntafeln schade auch hier und schönes modell Case-Fan Aber Es gibt bestimmt Für euch Case-Fan sind Hat euch diese kleine Vorstellung gefallen Lasst doch gerne Über ein Abo würde ich mich sehr freuen Wenn es Keiner meiner Videos mehr zu verpassen Auch gerne die Glocke drücken Bis dahin Ciao Euer Manuel